Heute geht es um Andorra. Andorra? Das Andorra? Das Buch von Max Frisch? Nein, ich meine das Land zwischen Frankreich und Spanien in den Pyrimänen. Andorra ist ein Zwergstadt, da es nur 468 Quadratkilometer umfasst. Der volle Titel lautet Prinzipat der Andorra, auf Deutsch Fürstentum Andorra. Zur Zeit wohnen 178.000 Leute. So viel passt in etwa in das Mercedes-Benz-Stadion, in dem der Superbowl stattfand. Die meisten Bewohner leben in Städten wie in der Hauptstadt Andorra La Vella. Unter den Einwohnern leben aber nicht die zwei Staatsoberhäupter, der Bischof von Urgell und der französische Präsident Im Moment Emmanuel Macron. Denn Andorra ist das einzige Land, in dem zwei ausländische Würdenträger das Staatsoberhaupt bilden. Dazu wird ein andorianischer Regierungschef gewählt. Die Amtssprache ist katalanisch, diese wird aber nur von 30% gesprochen. Die häufigste Muttersprache ist Spanisch mit 45%, danach folgt Portugiesisch und dann Französisch. Als Eintagsprache bevorzugen die Andorianer zu 60% katalanisch und zu 37% spanisch. Die Flagge ist in Blau, Gelb und Rot unterteilt. In der Mitte steht ein Wappen. Die Mitra und der Bischofsstab stehen für den Bischof von Urgell, die drei roten Pferde für den Graf von Foix, die vier Pferde wiederum stammen aus dem Wappen von Katalonien und die Stiere entstammen dem Wappen von Bern. Die Nationalhymne heißt übersetzt Der Große Karl der Große und hört sich so an. Wie schon erwähnt liegt Andorra zwischen Frankreich und Spanien in einem Hochteil der Pyramänen. Deswegen gibt es 65 Berggipfel, die die 2000 Meter Grenze überragen. Trotzdem ist der höchste Berg nur 2942 Meter hoch. Mehr als ein Drittel des Landes ist über der Baumgrenze gelegen. Zwei Arme des Flusses Valitra führen in Andorra zusammen. Durch Wasserkraftwerke, durch die der Fluss fließt, wird ein Teil der Energie produziert. Die Durchschnittstemperatur beträgt 6,8 Grad bei 900 mm Niederschlag pro Jahr. Der heißeste Monat ist der August mit 17,5 Grad und der kälteste der Januar mit einem. Es ist das ganze Jahr über Humid. Auf der unteren Ebene ist die Flöhrer mediterran beeinflusst. Dort gibt es Eichen- und Pinienwälder. Zwischen 1600 und 2000 Metern herrschen Kiefern und Fichten vor. Darauf folgt die Baumgrenze. Die Tierwelt ist in etwa mit der von der Schweiz oder mit der unserer zu vergleichen. Es gibt Hasen, Füchse, Murmeltiere, Gämse und viele mehr. Die Bevölkerungsanzahl lag lange bei rund 3000 Menschen. Im 19. Jahrhundert stieg sie dann auf 5000 bis 6000 Menschen an. Zwischen 1860 und den 1930er Jahren war die Auswanderungsquote außerordentlich. Im Zweiten Weltkrieg war Andorra neutral und nahm deswegen viele Flüchtlinge auf. Nach dem Krieg wuchs die Bevölkerung in den 50 Jahren über 1000% an. 2010 gab es einen Peak mit 85.000 Menschen. Heute liegt die Anzahl bei 78.000. Andorra hat eine der weltweit kleinsten Fertilitätsraten. Die Andorianerinnen gewähren im Schnitt 1,39 Kinder. Dabei liegt die Lebenserwartung bei 81,7 Jahren. Die Bevölkerungspyramide sieht aus wie eine starke Urne. Denn durch die Fertilitätsrate werden kaum Kinder geboren und es wird in absehbarer Zeit Probleme in der Alterspflege gegeben. Beachtlich ist auch, dass so 35.000 Menschen die andorianische Staatsbürgerschaft besitzen. Die meisten Auswanderer kommen aus Urlaubstaaten wie Deutschland oder England. Es kommen aber auch aus Marokko, Argentinien und Philippinen Arbeitsmigranten. So viel zur Geografie. Die Geschichte der Besiedlung geht bis auf die Eiszeit zurück. Es gibt Nachweise wie Höhlenmalereien, Steingravierungen und Gegenstände, die von einer Siedlung aus der Bronzezeit zeugen. Zum ersten Mal erwähnt wurden die Andorra im zweiten Jahrhundert von einem griechischen Historiker. Unter Augustus wurde Andorra Teil des Imperium Romanum und Augustus ist der Großtefe von Cäsar. Die Biografie von Cäsar findet ihr oben auf dem i. Es gibt eine Legende, in der Karl der Große 788 n. Chr. Andorra als Dank für die Hilfe der Einwohner gegründet haben soll. Dies ist aber unhistorisch. Zum ersten Mal erwähnt wurde die Gemeinde Andorra 839 n. Chr. als Leden des Grafens von Urgel. Offiziell wurde Andorra am 8. September 1278 als Ledenstaat gegründet. 1914 wurde der Consell de la Terra gegründet. Dies ist eine Art Urparlament, in dem sich die wichtigsten Familienmitglieder und Oberhäupter des Staates trafen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Straßen zwischen den Tälern und nach Spanien gebaut. Der Rundfunk und die Elektrifizierung endete Andorra grundlegend. 1934 kam ein russischer Adliger an die Macht. Er ließ sich vom Generalrat zum König ernennen. Seine Amtszeit dauerte ganze zwei Wochen, bis er vom Bischof von Urgel verhaftet wurde. Am 25. September 1939 unterzeichnete Andorra einen Friedensvertrag mit Deutschland, da durch die Nichtunterzeichnung des Versailler Vertrages Andorra und Deutschland eben noch im Kriegszustand des 1. Weltkriegs waren. Das hat auch dazu beigetragen, dass Andorra im 2. Weltkrieg neutral bleiben konnte. Wenn dir jetzt dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Die zweite Hälfte bekommt ihr nächste Woche wieder, denn ich habe das Video aufgeteilt, weil sonst wäre das alles viel zu lang geworden. Wie gesagt, lass doch gerne ein Like da. Schaut doch mir gerne in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.